Hamburg, Deutsche Presseagentur schrägstrich LNO, Minus wegen Bauarbeiten haben Autofahrer die A7 südlich des Hamburger Elbtunnels in Richtung Norden am Wochenende umfahren müssen. Seit Freitagabend galt es in Richtung Flinsburg schrägstrich Kiel zwischen Hamburg Heimfeld und Walshof eine Umleitung zu folgen. Früher als geplant konnte die Strecke jedoch bereits am Sonntag um kurz nach 14 Uhr wieder freigegeben werden wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale berichtete. Ursprünglich war die Sperrung bis Montag um 5 Uhr angesetzt gewesen.Lange Staus blieben am Wochenende aus wie der Sprecher weiter sagte. Zeitweise stockte der Verkehr am Samstag auf wenigen Kilometern. Auch auf den Umleitungsstrecken in der Innenstadt war es zwischenzeitlich voller geworden. Am Sonntag floss der Verkehr nach Angaben des Sprechers ohne Probleme.Ab Samstagabend gegen 22 Uhr wurde für die Herstellung neuer Brückenpfeile zu dem der alten Werderdamm unterhalb der A7 in beide Richtungen gesperrt. Die Kühlbrandbrücke ist nur noch über eine Umleitung über den Rugenberger Damm erreichbar. Noch bis Mitte Juli können die Arbeiten diese Bauphasen nach Angaben der Autobahn GmbH Nord dauern. Auch diese Sperrung führte am Sonntag jedoch nicht zu großen Beeinträchtigungen wie der Sprecher der Verkehrsleitzentrale weiter berichtete. Punkt die Autobahn südlich des Erdtunnels verläuft auf knapp 4 Kilometern auf einer Brückenkonstruktion. Bis 2027 soll der Abschnitt von 6 auf 8 Spuren erweitert werden. Die beiden neuen Spuren werden zwischen die beiden Richtungsfahrbahnen eingefügt. Während der Sperrung sollen Verbundverdichter Träger von zwei großen Autokränen eingesetzt werden wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Copyright Deutsche Presse Agentur Info com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 2203 269 und 90 680 3974 1070 4